Herzlich Willkommen mal wieder zu einem ganz kleinen Infovideo. Wow! Und zwar möchte ich euch heute mitteilen, dass bis Weihnachten noch genau zwei Sonntage sind. Und da ja jeden Sonntag von mir ein Video rauskommt, ich aber noch vier Minecraft-Folgen habe und an Weihnachten ein Special machen will, müssen leider jeden Sonntag bis Weihnachten zwei Folgen rauskommen. Deswegen freut euch schon mal auf zwei Folgen Minecraft pro Sonntag. Und mein Weihnachtsspecial besteht aus ganzen drei Minecraft-Folgen. Die erste gibt es am 24. Dezember, also an Heiligabend um 15 Uhr kommt die dann raus. Nicht wie gewohnt mein Video so um 12 Uhr. Die nächsten zwei Folgen gibt es dann jeweils am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, jeweils auch um 15 Uhr. Also freut euch auf ein richtig geiles Weihnachtsspecial. Dann die Zeit zwischen den Jahren, also die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist auch nochmal ein Sonntag. Da kommt kein Video von mir raus. Dafür am 31.12. um 0 Uhr ein richtig, richtig, richtig großes Silvester-Special. Also schaltet ein. Im Silvester-Special gibt es dann zum Beispiel den Rückblick aufs ganze Jahr 2013. Mit Kommentaren, mit allen möglichen Sachen, die ich bei Web-Content TV oder Colorplay erlebt habe. Ein bisschen was von meiner YouTube-Geschichte, weil ich bin ja dieses Jahr YouTube beigetreten. Also ich kann euch einfach nur sagen, schaltet ein. Es wird richtig cool. 31.12. 0 Uhr kommt mein Video raus vom Silvester-Special, beziehungsweise am 24. Dezember, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, dann noch 15 Uhr mein Weihnachts-Special. Ich kann euch einfach nur sagen, es wird richtig geil, Leute. Schaltet ein. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Tschüss. Wenn ihr jetzt zu meinem letzten Video wollt, klickt in die linke Bildhälfte. Da geht's zu Let's Play Minecraft Folge 26. Wenn ihr lieber zu meinem letzten Informationsvideo wollt, klickt in die rechte Bildhälfte. Ich freue mich schon tierig auf mein Weihnachts- und Silvester-Special. Ich hoffe, dass ihr auch dabei seid. Bis dahin. Tschüss.